Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Unter dem Begriff der Umwelt fasst Hurrellmann nahezu alles, was in der sozialen und psychologischen Umwelt passiert. Das heißt, Umwelt begrenzt sich jetzt nicht auf einen Naturbegriff, sondern er geht vielmehr davon aus, dass wir hier eine soziale und psychologische Umwelt haben. Das heißt, man bewegt sich zwischen verschiedenen Umwelträumen, beispielsweise der Familie oder der Schule. Mit der Familie hätte man jetzt beispielsweise einen sozialen, sehr nahen Umweltraum, der dann natürlich einen bestimmten Effekt, psychologischen Effekt auf die Ausbildung gewisser Grundlagen und Eigenschaften hat. Darüber hinaus gibt es beispielsweise auch die Schule oder, wenn man das noch enger fasst, Peergroups. Und diese Peergroups haben dann natürlich auch einen psychologischen Effekt, der insbesondere in der Jugend, und das ist ja die primäre Phase, mit der sich Hurrellmann beschäftigt hat, natürlich eine enorme Auswirkung auf die Entwicklung bestimmter Eigenschaften haben kann. Wichtig ist dabei, dass Hurrellmann davon ausgeht, dass bestimmte Anlagen dazu führen, dass in der Umwelt dann bestimmte Eigenschaften ausgeprägt werden können. Das heißt, er geht davon aus, dass durch die Anlage bestimmte Grundtendenzen vorgegeben werden und diese dann anschließend durch soziale oder psychologische Einwirkung des Umfelds, der psychologischen Umwelt des Jugendlichen dann erst ausgeprägt werden. Die Ausprägung dieses Wechselspiels findet dabei laut ihm besonders in der Jugend statt. Das ist nicht verwunderlich, dass er das sagt, denn er ist ja nun mal auch ein Forscher, der sich insbesondere mit der Jugendphase beschäftigt hat und deren Wichtigkeit ja besonders in den Vordergrund gestellt hat. Und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass er davon ausgeht, dass die Ausprägung dieses Wechselspiels besonders in der Jugend stattfindet. Darüber hinaus sagt er auch, dass eine Ausprägung des Geschlechts maßgeblich für die Entwicklung des Sozialvisationsverlaufes ist und dafür auch maßgeblich verantwortlich ist. Das heißt, er geht davon aus, dass das Geschlecht und dementsprechend auch die soziale und psychologische Umwelt Grundlage dafür ist, wie die einzelnen Individuen sich dann individuell entwickeln können und wie sie sich auch in der sozialen und psychologischen Umwelt ausprägen können. Wichtig hier nochmal zu sehen, er geht wirklich von diesem 50-50-Modell aus. Das heißt, dass Umwelt in diesem Maße einen genauso großen Anteil an der Entwicklung hat, wie die grundsätzlichen Anlagen, die von der genetischen Struktur, von den genetrischen Materialien. Und damit schließen wir jetzt auch den Highlight-Part ab. Das heißt, wir haben euch jetzt den Zusammenschnitt gezeigt, der für euch wichtig sein sollte, nachdem ihr ja auf das Video geklickt habt und dieses Thema auch sehen wolltet. Falls ihr aber trotzdem noch dranbleiben wollt und mehr über das Thema erfahren wollt, ja, dann macht das doch einfach, denn jetzt geht es tatsächlich weiter mit dem gesamten Video, was wir darüber gemacht haben. Viel Spaß damit und los geht's. Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert und heute wollen wir euch mal die erste Maxim nach Hurlsmann Modell der produktiven Realitätsverarbeitung darstellen und dabei geht es um die Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Wie immer haben wir über das gesamte Modell ein Buch jetzt in der Videobeschreibung verlinkt. Das haben wir exklusiv für euch geschrieben. Also, falls euch das interessiert, guckt da gerne in die Videobeschreibung jetzt als erster Link eingefügt. Und jetzt starten wir aber auch direkt in die erste Maxime. Insgesamt hat Hurlmann ja zehn Maximen definiert und hier finden wir jetzt die erste Maxime vor. Dabei geht er davon aus, dass dies eine Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel darstellt. Das heißt, er definiert die zwei wichtigen Anlagen beziehungsweise Ausgangspunkte, nämlich Anlage und Umwelt. Und was genau eine Anlage ist und was genau eine Umwelt ist, gucken wir uns jetzt einmal gesondert an. Starten wir mit der Anlage. Was versteht Hurlmann unter der Anlage? Mit der Anlage meint er letztendlich genetische Strukturen. Das heißt, für ihn sind das alles Dinge, die genetisch vorbestimmt sind, die aufgrund von biologischen Gegebenheiten weitergegeben wurden. Und damit meint er zum Beispiel das Geschlecht. Ein weitaus umstrichenderer Begriff, den er hier auch nennt, ist der Begriff der Intelligenz. Das heißt, Hurlmann geht davon aus, dass mit genetischen Strukturen auch die Intelligenz weitergegeben wird. Das ist insbesondere natürlich, wenn man sich anguckt, wie bestimmte Strukturen weitergegeben werden und wie weit die Forschung in bestimmten neuronalen Gebieten ist, ist es sehr kritisch zu sehen, dass hier dieser Begriff der Intelligenz einfach genutzt wird. Zumal Hurlmann diesen Begriff auch nicht klar ausdefiniert. Das heißt, der Begriff der Intelligenz ist auch in anderen Abteilungen sehr problematisch, denn er hat bereits bei seinen Entwicklungsaufgaben den Begriff der Intelligenz mehrfach verwendet, aber nie klar ausdefiniert, was er mit der Intelligenz meint. Das heißt, dass er davon ausgeht, dass Anlage, Umwelt nahezu 50-50 verteilt sind und dass die Intelligenz einer der Anteile ist, die sich klar in den genetischen Strukturen wiederfinden und damit als Anlage weitergegeben werden, ist hier an dieser Stelle problematisch zu erwähnen. Damit bestimmt er aber auch, dass die Anlage verantwortlich für entsprechende Räume der Möglichkeiten ist. Das heißt, er geht davon aus, dass die genetischen Strukturen dem Individuum es ermöglichen, sich bestimmte Möglichkeiten zur Entfaltung zu erarbeiten und damit natürlich Grundlage dafür sind, was der Mensch überhaupt für Fähigkeiten hat, zu leisten. Das heißt, mit seinem Modell basiert er praktisch die Annahme darauf, dass bestimmte genetische Strukturen die Grundlage überhaupt sein müssen, damit etwas überhaupt möglich ist. Er spricht also nicht jedem Menschen die gleichen Möglichkeiten zu. Wichtig ist dann für ihn, dass ein Zusammenspiel zwischen Anlage und Umwelt, die Umwelt erklären wir euch ja gleich nochmal, erst dann die spätere Ausgestaltung der Verhaltensweisen und verschiedenen Eigenschaften ermöglicht. Das heißt, für ihn sind die grundlegenden Anlagen, genetische Strukturen wie zum Beispiel das Geschlecht, aber auch laut ihm die Intelligenz, erst mal von Grund auf vorhanden. Aber diese genetischen Strukturen müssen dann darüber hinaus ausgebildet werden und nahezu besser formiert werden. Und diese Formierung findet dann insbesondere in einem Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt statt. Und was jetzt diese Umwelt genau ist und welche Rolle sie spielt, gucken wir uns jetzt einmal an. Ausgegeben werden. Und damit soll es das nun auch von diesem Video zu der ersten Maxime nach Hurrellmann gewesen sein. Wir haben uns heute also die Persönlichkeitsentwicklung als Wechselspiel angeguckt. Dabei definiert Hurrellmann ein Wechselspiel zwischen Anlage und Umwelt. Für ihn ist das ein 50-50-Prozess. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, denn er geht wirklich davon aus, dass die Anlage, also genetische Strukturen, aber auch die entsprechenden Möglichkeiten, die ein Körper hat, von Grund auf mitgegeben werden und zum Beispiel durch das Geschlecht oder die Intelligenz vordefiniert sind. Dann definiert er die Möglichkeit zwischen dem Zusammenspiel, zwischen Anlage und Umwelt, dass dies dann erst die spätere Ausgestaltung im sozialen Leben ermöglicht. Das heißt, auch die Umwelt hat einen enormen Einfluss auf die individuelle Entwicklung. Das heißt, hier ist insbesondere die Umwelt wichtig, die soziale und psychologische Umwelt, die stattfindet. Und dort findet eine Bewegung zwischen verschiedenen Umwelträumen statt. Das können zum Beispiel Familie und Peergroups sein. Und diese Peergroups, aber auch die Familie, haben natürlich insbesondere in der Jugendphase einen außerordentlichen Entwicklungsdruck auf die Jugendlichen. Darauf geht er natürlich auch nochmal in den weiteren Phasen und Maximen ein. Und damit soll es jetzt von diesem Video zur ersten Maxime sein. Wir haben natürlich viele weitere Videos noch rund um die weiteren Maximen für euch gedreht. Falls euch das interessiert, guckt da gerne mal in die Playlist rein. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir haben das Buch jetzt in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Falls euch das näher interessiert, solltet ihr da unbedingt reingucken. Und dann soll es das gewesen sein von diesem Video. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und...